Hallo, schön, dass du bei Olahs World vorbeischaust. In diesem Video mache ich mit dir einen Rundgang durch die Altstadt von Siede. In der Altstadt befindet sich auch der Apollo-Tempel, den ihr gleich sehen werdet. Die wirklich sehenswerten Ausgrabungsstätten, die sich auch in der Altstadt befinden, werde ich euch in einem anderen Video präsentieren. Aber jetzt viel Spaß bei dem Rundgang. Rundgang 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020